Hallo, mein Name ist David Murphy. Ich bin 27 Jahre alt und Chef von Hinterlang Italien. Unsere Team in Affi am Gardasee überwacht und koordiniert die Verkehrsströme von und nach Italien sowie den Transit durch Italien. Über unser satellitgeführtes Telematiksystem und ein bidirektionales Kommunikationssystem stehen wir in direkt Kontakt mit den Fahrzeugen. Ich wünsche noch eine schöne Fahrt.